Herzlich willkommen meine Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir haben heute ein Experiment am Start. Wir machen ganz viele von den 83 Plus Spielerwahl und 80 Plus Spielerwahl. Die haben wir schon im Stream gemacht. Werde ich euch jetzt rein schneiden. Ich hoffe euch gefällt das Video. Wenn ja, gerne ein Däumchen hoch geben, gerne ein Abo da lassen. Und dann wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Video. Ab geht's! Ja Freunde, dann würde ich sagen, starten wir rein. Die erste Fünferrunde. Gucken wir mal, was kommt. Und Trotz wäre auf jeden Fall cool. Ja, Pummels ist jetzt nicht so pralle. Die will man jetzt nicht unbedingt ziehen. Andanovic genauso wenig. Gucken wir mal. Also ich hoffe, da wird jetzt noch ein bisschen was Besseres kommen. Okay, 86 am Andi. Come on. Wir wollen hier Bigfooter sehen. Blau. Zeig mal Blau. So, nee. Auch nicht so das, was man sehen will. Und ein Gyni noch. Okay. Man. Dann muss man schon sagen, das war jetzt schon eine sehr, sehr schwache Runde. Drei 84er, ein 85er und ein 86er. Sehr schwache Runde. Wir gehen in die nächste Fünferrunde rein. Und fangen an mit der goldenen Mitte. Und schauen wir mal, ob wir diesmal was Besseres ziehen können. Geht weiter mit einem 84er. Das ist nicht das, was wir natürlich ziehen möchten. Lukaku. Okay, 86. Immerhin. Come on, ESports. Doppelt Inter. Geben wir jetzt mal einen Blauen. Ruben Diaz, 88er. Okay. Das ist schon mal ein guter Futter. Donnarumma ist auch ein sehr gutes Futter. Also das ist schon mal eine gute Runde. Vielleicht mal noch ein Blauer. Und noch ein Loris. Ey, das war eine geile Runde. Also vier Workouts. Sehr, sehr schöne Runde. Ist los, aber egal. Gehen wir weiter zu Nummer 2. Come on. Blauer wäre mal zu. Ach, du Kacke. 3x3 in Archie ist natürlich nicht das, was man ziehen möchte. Come on. Okay. Ist schon mal gut, aber ein Blauer wäre mal cool. Oder ein Lila. Come on. Come on. Come on. Jetzt den Banger eigentlich. Tiedemanns ist nicht das, was man haben möchte. Come on. Blau. Okay. Cristiano Ronaldo, man. Ist not bad, man. Wenn wir gerne mit. Das ist schon mal. Jo. 90er Karte. Oh mein Gott. Ich dachte aber okay. Wir haben endlich mal einen Trotz hier rausgezogen. Ronaldo hat Glück gebracht. Kann der was? 5 Sterne Weakfoot? Geile Karte. Kostet was? Uh, der kostet sogar das. Handwirt K. Nice. Sehr, sehr gute Runde. Bis jetzt come on. Trend. Hey, das ist eine richtig geile Fünfer Runde besetzt. Come on. Okay. Geile Fünfer Runde. So Freunde. Zehner Runde beim Metin. Unser Lieblings Dönermann aus dem Stream. Gucken wir mal, was wir hier bei Ihnen ziehen können. Ja, fängt schon mal richtig schlecht an. Hoffen wir, dass es besser wird. Kommt. Zehner Runde. Ja. Ja. Den besten Spieler der Welt schon mal gezogen. GG. Kommt. Bisschen Futter oder natürlich, ja, man blauer wäre cool. IA Sports. Come on. Come on. Aber mich schlägt. Auch nicht so das Waren. Man braucht 86er Karte, dass man keine Minos macht. Rotary. Come on. IA Sports. Boah, ganz Dortmund hier am Start. Was soll denn das? Fisch halt. Wahnsinn. Fehlt nur noch der Big Mac Verkäufer. Boah, 3 Mal. Wieder 3,3. Das ist ja schlecht. Das ist keine so gute Runde bis jetzt. Uh. Okay. Komm. Jetzt ein blauer IA. Komm. Boah, schlecht. Komm. Der ist gold. Boah. Ich bin mir nicht sicher gewesen. Wie viele Workouts waren es? 2. Warte. 50, 80 Plus Picks haben wir hier auch noch am Start. Schauen wir mal, was die gönnen. Muss ich eigentlich so gerne reinschneiden, wenn da nichts kommt. Oh. Double Tots. Das sind ja eigentlich 2 Workouts. Okay. Das. Na, vielleicht. So viel gescurtet. Oh. Ruben. 3. Workout. Das war doch der, der da 3, 4 Tore gegen Bayern im Pokal gemacht hat, oder war es der? Ja. So 5, 4 gewonnen hat, oder was? so einer, dieser Brasilianer da. Klaus, mehr Tots gezogen wie ich aus 30 so Dingern. Also fünfter Workout, also aufs sechster Workout. Einer noch für ja. Okay, wird das ja. Ja, nochmal rum acht Workouts, naja, jedes sechste Pack ein Workout, ein Pick besser gesagt, aber weiß ich nicht. Geht, aber geht auch besser. Zehn Picks nochmal. Wollen wir mal, ob hier mal jetzt ein bisschen Banger kommt. Ja, du kannst reinkommen. Let's go. Hammer. Ist bis jetzt nix. Boden. Für 80 ist das doch eigentlich okay, ne? Boah. Ist nicht gut. Okay, das war schon sehr gut, zwei Workout zum einen. Okay, aber drei war kurz, naja. Ich wünsche dir viel Glück. Kannst du ja starten. Wollen wir mal, nochmal zehn Picks. Was kommt? Boah, Doppel-Walkout im 80 Plus. Wahnsinn. Das ist not bad. Und ein Toni Kroos. Äh, das ist ein not bad Klaus, die 80 Pluser. Oder. Oder das ist hier ein EA Account. Das kann natürlich auch sein. Muss man natürlich hier mal unter die Lupe nehmen. Wahnsinn. Boah, schlecht. Und drei Stück noch kaum. Richtig schlecht. Wahnsinn. Komm, blau. Ah, ich meine, die Nummer Workout. So, Freunde. Nummer fünfer Runde. Wir gehen rein. Schauen wir mal, ob nochmal was kommt. Ah, Tomori ist okay. Gucken wir mal. Nummer fünf. Ist sehr schlecht. Komm auch noch ein Trotz, bitte. Pff, sehr, sehr schlecht. Also das ist auch wieder bodenlose Runde bis jetzt. Na. Rotri, okay. Und noch ein Workout wenigstens. Komm auch nicht. Ja, jetzt braucht's. Ja, immerhin. Aber trotzdem leicht Minus wieder die Runde.